Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Elektronik. Jeder von euch hat vermutlich diese Kurvenform schon mal irgendwo gesehen, sei es in einem Buch im Internet, vielleicht auch auf dem Oszilloskop. Wir behandeln heute den Sinus und auch den Cosinus Tangens, die mathematischen Funktionen. Wir gucken uns mal an, wo das Ganze herkommt. Und ich hoffe, am Ende von dieser Folge wisst ihr alle, wie man Sinus berechnen kann, Cosinus berechnen kann. Könnt ihr ein bisschen mit Dreiecken rechnen. Das wäre mein Ziel. Ja, wir legen gleich los. Woher kommt der Sinus? Grundsätzlich haben wir überall in der Natur zufällig Sinusse. Also alles, was sich dreht, irgendwelche Spulen, die sich in einem Magnetfeld drehen, bei einem Generator zum Beispiel, irgendwelche Wasserräder, die sich drehen, ganz, ganz viele verschiedene physikalische Vorgänge, ganz normal in der Natur, die irgendwie auf einer Drehbewegung und so beruhen, die haben alle einen Sinus, eine Schwingung, wenn man einen Quarz hat, der schwingt und so weiter. All das kann man auf einen Sinus runterbrechen und eben auf diese berühmte Sinuskurve. Was ist jetzt diese Sinuskurve? Bevor wir uns nun aber direkt mit der Sinusfunktion beschäftigen, schauen wir uns erst mal an, was wir mit dem Sinus berechnen können. Das sind unter anderem rechtwinklige Dreiecke. Und damit wir mal wissen, wovon wir reden, erkläre ich euch mal grundsätzlich noch ein paar Dinge zum Thema Dreieck. Wir haben ein rechtwinkliges Dreieck, bedeutet, wir haben hier oben einen rechten Winkel, also 90 Grad. Und nun werden diese ganzen Seiten vom Dreieck, drei Ecken, drei Seiten, also drei Seiten benannt. Wir haben einmal die Seite gegenüber vom rechten Winkel. Diese Seite nennen wir Hypotenuse. Und die anderen Seiten, die den 90 Grad Winkel umschließen, also einmal diese Seite hier, einmal diese Seite hier, die nennen wir Katheten. Nun betrachten wir mal das Ganze rein auf Buchstaben runtergebrochen. In der Regel nennen wir die Hypotenuse C und die Katheten nennen wir A und B. Da ist es jetzt relativ unkritisch, ob wir jetzt die hier A nennen oder die hier A nennen. Das spielt da keine Rolle. Nun gehen wir weiter und beschriften mal die Winkel. Der Winkel, der gegenüber der Seite A ist, also der Winkel hier, wird in der Regel mit dem Winkel Alpha bezeichnet, das kleine griechische A. Und der Winkel gegenüber von der Kathete B, also dieser Winkel hier, wird in der Regel mit dem kleinen griechischen B bezeichnet, mit dem Beta. Nun haben wir mal alles soweit benamst und können mal anfangen zu reden. Der Sinus ist jetzt nichts anderes wie eine mathematische Funktion. Also ich kenne ganz viele Leute, die haben mega Angst, denken sich, oh Sinus, Gottes Willen, was ist der Sinus jetzt? In Wirklichkeit ist es nichts anderes wie eine mathematische Funktion. Ihr müsst also absolut keine Angst davor haben. Das ist das Gleiche, als ob ihr jetzt 1 plus 1 im Taschenrechner eingibt. Also plus diese mathematische Operation addieren, wäre das Gleiche wie Sinus. Ihr gebt einfach Sinus, die Sinustaste am Taschenrechner ein. Ist dann quasi nichts anderes, wie diese mathematische Funktion des Sinus ausführen am Taschenrechner, also diesen Sinus berechnen. Was ist der Sinus nun? Der Sinus ist nichts anderes wie ein Verhältnis zwischen zwei Längen. In unserem Fall Sinus Alpha ist das Verhältnis von zwei Längen. Und zwar beim Sinus reden wir jetzt in dem Fall von Kathete A. Und zwar nennen wir diese Kathete dann nicht mehr einfach nur Kathete und Kathete, sondern wenn wir vom Sinus reden, sprechen wir von der Kathete gegenüber des Winkels. Also sprechen wir von der Gegenkathete. Und die Kathete, die an dem Winkel anliegt, nennen wir Ankathete. Wir benennen die Katheten also einfach, damit wir wissen, von welcher das wir reden. Wir haben hier unseren Winkel Alpha. Die Kathete gegenüber vom Winkel nennen wir Gegenkathete. Und die Kathete, die an dem Winkel hier anliegt, nennen wir Ankathete. Somit haben wir das uns auch schon mal definiert. Und jetzt können wir endlich mathematisch wieder weiterarbeiten. Der Sinus sagt nichts anderes aus, wie das Verhältnis von der Gegenkathete zur Hypotenuse da unten. Also in unserem konkreten Fall, wenn wir es jetzt mit unseren Buchstaben einsetzen, A durch C. So, jetzt schauen wir uns das Ganze mal ein wenig genauer an. Wir merken uns einfach mal Sinus Alpha, Gegenkathete durch Hypotenuse. Wir betrachten das Ganze jetzt mal. Ich habe ja gerade eben vorhin schon gesagt, das Ganze ist rein eine mathematische Berechnung. Also gucken wir mal, ob wir da auch was berechnen können. Ihr könnt es auch selber mal auf den Zettel hinmalen. Ich meine, ihr habt sicher lineal daheim, ihr könnt es ganz einfach probieren. Wir nehmen ein Dreieck mit der Seitenlänge 4 cm. Hier nehmen wir 3 cm. Und hier unten nehmen wir mal eine Seitenlänge 5 cm. Jetzt habe ich gesagt, der Sinus ist ein Verhältnis zwischen zwei Seiten. Wir können also einfach mal diese Seite hier, die 3 cm, durch diese 5 cm dividieren. Dividieren ist ja auch eine mathematische Funktion. Das können wir ja auch relativ einfach machen. Wir nehmen den Taschenrechner, 3 dividiert durch 5 und erhalten dann 0,6 als Ergebnis. Jetzt sieht das Ganze so aus, dass sich das Seitenverhältnis überhaupt nicht ändert in unserem Dreieck. Wenn wir also hier diese 3 und 5 cm nehmen und behalten die Grundform von unserem Dreieck. Wir brechen es also zum Beispiel mal runter. Und ihr könnt es dann ganz problemlos auch bei euch auf dem Papier mal probieren. Wir hatten hier 5 cm und hier 3 cm. Wir hatten dann als Ergebnis die 0,6. Wenn wir jetzt hier an der Seite nur 4 cm hätten, bekommen wir für die Länge dieser Linie hier 2,4 cm. Wenn wir hier bei 2 cm zum Beispiel einfach mal einen Strich machen, hätten wir hier 1,2 cm. Und das Ganze können wir jetzt weiter berechnen. Wir nehmen die 2,4 cm durch die 4 cm, kommen auf 0,6 oder wir nehmen hier unsere 1,2 cm durch die 2 cm und kommen immer auf diese 0,6. Bedeutet, unser Verhältnis 3 zu 5 ist gleich 0,6. So, jetzt habe ich euch gesagt, der Sinus drückt nichts anderes aus wie eine mathematische Funktion und die sagt uns das Seitenverhältnis. Wir nehmen also nochmal das exakt gleiche Dreieck her, das wir schon gemalt haben. Und mit diesem exakt gleichen Dreieck messen wir jetzt einfach mal den Winkel. Wie gesagt, hier unten hatten wir den Winkel Alpha. Und den messen wir jetzt einfach mal mit einem Winkelmesser. Wir legen den hier an. Ich ziehe den ein bisschen größer, dass ich genauer messen kann. Und der Winkelmesser sagt uns für unser Dreieck jetzt hier 36,9 Grad. Ich schreibe also mal hin. Winkel Alpha gleich 36,9 Grad. Jetzt habe ich gesagt, ihr müsst keine Angst haben vor dem Sinus. Der Sinus ist eine mathematische Funktion. Wir hatten vorhin eine mathematische Funktion dividieren. Das heißt, wir benutzen jetzt die mathematische Funktion Sinus von 36,9 Grad ist gleich. Was machen wir, wenn wir eine mathematische Funktion haben? Genau, wir geben sie einfach in den Taschenrechner. Wir haben keine Angst davor, wir tippen sie einfach ein. Das heißt, wir haben eine mathematische Funktion von 36,9 Grad. Und auch hier unser Ergebnis 0,6. Bedeutet 0,6. Das Verhältnis, das wir vorhin gesehen haben von Gegenkathete zu Hypotenuse, bezogen auf diesen Winkel Alpha hier, war vorhin 0,6. Und wenn wir das Ganze mit dem Sinus eingeben, also mit dieser Funktion im Taschenrechner, erhalten wir ebenfalls 0,6. Das stimmt also. Wir können damit das Verhältnis berechnen. Jetzt schreiben wir nochmal alles korrekt hin. Sinus Alpha. Hier hatten wir A. Hier hatten wir C. Und hier hatten wir B. Sinus Alpha. Als Formel. Sinus Alpha war A durch C. Und wie wir gerade gerechnet haben, diese Formel stimmt definitiv. Haben wir gerade nachgewiesen. So, jetzt haben wir das Ganze auf A, B und C runtergebrochen gehabt. Jetzt wollen wir das Ganze etwas vereinheitlichen, wir wollen uns das mal vereinfacht angucken. Und wenn Mathematiker irgendwas einfach machen wollen, gucken sie immer, kann man was kürzen, kann man was rausstreichen. Und am besten geht das Ganze, wenn wir uns diesen Sinus und Cosinus mal am Einheitskreis betrachten. Einheitskreis, also ein einheitsfreier Kreis in unserem Fall. Wir haben hier plus 1. Wir haben x-Koordinate plus 1. Wir haben hier minus 1. Und auch auf dieser Seite haben wir minus 1. Wenn wir jetzt in diesen Einheitskreis einfach mal eine Linie einzeichnen, erhalten wir an dieser Linie, wenn wir sie nach unten verlängern, ein, wer hätte es gedacht, rechtwinkliges Dreieck. Der rechte Winkel, um ihn einzuzeichnen, befindet sich an dieser Stelle. Und jetzt können wir quasi mit diesem Dreieck arbeiten. Dazu müssen wir uns jetzt wieder überlegen. Wir zeichnen den Winkel Alpha hier ein. Und müssen uns jetzt mal überlegen, was ist Gegenkatheter, was ist Ankatheter, was ist die Hypotenuse. Wir haben hier unseren 90-Grad-Winkel. Gegenüber vom 90-Grad-Winkel befindet sich die Hypotenuse. Und jetzt ist interessant, wie lang ist diese Hypotenuse in unserem Fall? Die Länge der Hypotenuse ist der Radius von dem Kreis. Und unser Kreis hat einen Radius von praktischerweise 1. Jetzt betrachten wir unsere Sinus-Funktion, Sinus von Alpha gleich. Wir haben gesagt, der Sinus wäre die Gegenkathete, also diese Linie hier, Gegenkathete geteilt durch Hypotenuse. Also schreiben wir uns das mal hin, Gegenkathete durch Hypotenuse. Jetzt können wir uns mal das weiter vereinfachen. Gegenkathete bleibt gleich. Hypotenuse ist 1, Gegenkathete durch 1. Und das bedeutet jetzt für uns, irgendwas durch 1 fällt weg. Das heißt, im Einheitskreis und auch nur im Einheitskreis, wäre der Sinus von diesem Winkel Alpha gleich groß wie die Länge von dieser Linie, von dieser Kathete hier. Wir malen das Ganze noch farbig an, damit wir das besser nachstellen können und verfolgen können. Unser Sinus in Rot, Sinus in Rot. Jetzt habe ich gesagt, es gibt nicht nur die Sinus-Funktion, sondern es gibt auch die Kosinus-Funktion. Bei der Kosinus-Funktion sieht es jetzt ähnlich aus wie beim Sinus, Kosinus von Alpha. Nur betrachten wir in diesem Fall jetzt nicht die Gegenkathete von dem Winkel, sondern wir betrachten die Ankathete von dem Winkel. Bedeutet, der Kosinus ist Ankathete durch die Hypotenuse. Das Ganze, wenn wir es wieder auf unseren Einheitskreis brechen, Ankathete, Hypotenuse, Länge 1, bedeutet, wir haben hier rein irgendwas durch 1, es bleibt die Ankathete übrig. Bedeutet für uns, wenn wir den Kosinus von diesem Winkel Alpha ausrechnen im Taschenrechner, kriegen wir die Länge von dieser Kathete zurück. Ankathete bedeutet, den Kosinus können wir uns hier unten wundervoll anschauen. Jetzt kommt noch ein etwas schwierigerer Teil bei dem Ganzen auf uns zu, und zwar der Tangens. Sinus, Kosinus, Tangens sind die drei Winkelfunktionen, die wir benötigen, um irgendwas zu berechnen. Tangens, Tangens, überleg mal, kennst du da irgendein Wort, das ähnlich klingt? Tangens, Kreis, Tang, Tangente. Es gibt eine Tangente beim Kreis, haben wir alle schon mal gehört. Diese Tangente zeichnen wir uns hier ein, einmal hoch, einmal runter. Eine Tangente, also eine Linie, die am Kreis vorbeigeht, die den Kreis schneidet und 90 Grad, in dem Fall hier, bei uns vorbeigeht. Um den Tangens vernünftig einzuzeichnen, müssen wir unseren Radius hier verlängern, und zwar bis zur Tangente raus. Und nun können wir uns den Tangens überlegen, der Tangens des Winkels Alpha. Was bleibt uns denn noch übrig? Wir haben eine Gegenkathete durch die Hypotenuse beim Sinus, wir haben eine Ankathete durch die Hypotenuse beim Kosinus. Wir haben nur noch eine Gegenkathete und eine Ankathete, und das war in dem Fall auch die Definition vom Tangens. Wir haben eine Gegenkathete dividiert durch Ankathete, und die Gegenkathete in unserem Fall, wenn wir jetzt das Dreieck hier aufzeichnen, nehmen wir jetzt das große Dreieck von Tangens. Wenn wir jetzt die grüne Linie betrachten, wäre das die Gegenkathete, wenn wir dieses Dreieck hier jetzt uns überlegen. Und unsere Ankathete zum Winkel Alpha wäre bis hierhin, und die hat die Länge 1. Wir haben hier wieder den kompletten Radius von unserem Kreis bis hierhin, also hat die Ankathete die Länge 1. Wir können uns also wieder einfach hinschreiben, gleich Gegenkathete durch 1, und irgendwas durch 1 ergibt wieder in dem Fall die Gegenkathete. Das bedeutet, unser Tangens Alpha, der Tangens, diese mathematische Funktion, die wir benutzen können, wäre gleichzeitig die Länge von unserer grünen Linie im Einheitskreis. Eine kleine Schwierigkeit gibt es beim Tangens, wenn wir jetzt hier den Winkel Alpha ändern, das zum Beispiel größer machen. Wir drehen also jetzt unseren Winkel Alpha hierhin, dann wird die Tangente nach oben hin immer länger, länger, länger der grüne Pfeil. Sobald wir jetzt hier drüber kommen, müssen wir unseren Radius, unsere Linie nach unten verlängern, hierhin. Also die Tangente der Tangens wird immer auf der rechten Seite aufgetragen. Das müssen wir uns im Hinterkopf behalten. Also nicht, dass man dann da links irgendwo ein Tangens aufträgt, sondern den muss man immer rechts auftragen. Damit ich euch das Ganze jetzt ein bisschen besser versinnbildlichen kann, habe ich mal diesen Einheitskreis hier in GeoGebra nachgezeichnet. Das ist ein ziemlich cooles Tool. Wir haben hier den Winkel Alpha, wir haben wie gesagt die rote Linie, die den Sinus repräsentiert, wir haben die blaue Linie, die den Kosinus repräsentiert und die grüne Linie, die den Tangens repräsentiert. Jetzt kann ich hier diese Linie beliebig rumschieben und wir betrachten uns jetzt einfach mal ein paar Extremfälle, die uns interessieren. Wenn ich jetzt den Winkel Richtung 0 Grad ändere, bedeutet das, die rote Linie, der Sinus, wird immer kleiner, kleiner, kleiner. Und wenn ich jetzt den Winkel auf 0 ändere, wie lang ist die rote Linie an dieser Stelle? Richtig, 0. Bedeutet, wir geben jetzt einfach mal Sinus von 0 Grad ein und erhalten als Ergebnis auch 0. Die blaue Linie, der Kosinus, wird an dieser Stelle maximal, bedeutet in unserem Fall 1, Kosinus von 0 Grad 1,0. Und ihr könnt das auch gerne mal selber im Taschenrechner eingeben, das funktioniert auch relativ gut. Wir schieben also jetzt mal unsere Linie nach oben, betrachten das Ganze weiter. Wir sehen die rote Linie, der Sinus wird immer größer, größer, größer. Bis hier oben, bei 90 Grad, haben wir eine Extremstelle. Bei 90 Grad haben wir nämlich plötzlich diesen Fall, dass die rote Linie die maximale Länge erhält, nämlich 1. Die blaue Linie plötzlich weg ist, also die hat eine Länge von 0. Bedeutet, wir geben es wieder in unseren Taschenrechner ein. Sinus von 90 Grad ist 1,0. Kosinus von 90 Grad ist 0. Könnt ihr auch gerne in eurem Taschenrechner probieren, um es mal zu üben. Wir drehen weiter, wir sind jetzt bei 95 Grad und so weiter. Wir sehen, die blaue Linie geht jetzt in die linke Richtung rüber. Bedeutet, die blaue Linie wird negativ. Negativ, negativ, negativ. Die rote Linie wird wieder kleiner Richtung 0. Und die blaue Linie hat jetzt die minimale Länge sozusagen. Also sie geht maximal ins Negative und hat damit eine Länge von minus 1. Wir sind bei welchem Winkel? Wir sind beim Winkel 180 Grad. Der Sinus von 180 Grad wird also wieder 0. Der Kosinus aber von 180 Grad wird minus 1. Wir drehen jetzt das Ganze wieder weiter. Der Sinus wird jetzt länger Richtung minus. Wir haben also plötzlich minus, 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 minus. Der Kosinus wird wieder kürzer. Wir haben wieder eine Maximalstelle, eine Extremstelle an dieser Stelle. Wir haben den minimalen Sinuswert minus 1 und der Kosinus wird wieder 0. Also wir geben es wieder ein. Sinus, wir sind bei 270 Grad. Sinus bei 270 Grad minus 1. Kosinus von 270 Grad haben wir richtig 0. Und das Ganze drehen wir jetzt weiter. Der Sinus wird wieder Richtung 0. Die Linie wird kürzer. Der Kosinus wird länger. Und an der Stelle 0, 360 Grad, 0 Grad ist das Gleiche, fängt das Spiel wieder komplett von vorne an. So, jetzt haben wir Sinus, Kosinus betrachtet. Der Tangens, wie gesagt, hat die Verlängerung nur auf der rechten Seite. Das bedeutet, zum Beispiel bei 45 Grad ist diese Linie und diese Linie gleich lang. 10 cm durch 10 cm als Beispiel ergibt 10 durch 10 ergibt 1. Sehen wir auch hier der Tangens an dieser Stelle 1. Wir haben beim Tangens allerdings ein Problem. Der wird jetzt hier, wenn wir es uns hier rechts betrachten, relativ schnell größer. Und wir haben dann oben bei 90 Grad einen Punkt, wo der richtig schnell größer wird. Und bei 90 Grad haben wir einen Punkt, wo der plötzlich richtig, richtig groß ist. Das Programm kann nichts anderes anzeigen. Wir haben zwei parallele Linien. Also eine parallele Linie, die hier nach oben geht. Und die Tangente, die parallel nach oben verläuft. Und wo schneiden sich parallele Linien, haben wir auch mal irgendwo gelernt in Mathematik richtig. Im Unendlichen, der Tangens von 90 Grad, also unendlich. Geben Sie mal schnell den Taschenrechner ein. Tangens von 45 Grad, 1,0. Tangens von 90 Grad, Computation Aborted Numerical Instability. Also das kann er nicht berechnen von 90 Grad, weil das eben unendlich ist. Der Tangens wird hier also positiv von 0 bis 90 Grad. Und dann habe ich euch gesagt, dass der Tangens immer rechts aufgetragen wird. Das heißt, wir müssen unsere Linie nach unten verlängern und tragen den Tangens hier rechts auf. Bedeutet, im Bereich von 90 Grad bis 180 Grad ist der Tangens negativ. Im Bereich von 180 bis 270 wird er wieder positiv. Und im Bereich von 270 bis 360 oder 0 Grad wird der Tangens wieder negativ. Jetzt betrachten wir uns auch noch mal die Werte, die diese Funktionen annehmen können. Falls ihr da mal irgendwas anderes rauskriegt, dass ihr gleich wisst, das kann so nicht sein. Der Sinus kann, die rote Linie, von 0 bis 1, 0, minus 1. Kann also Werte annehmen, alle Werte von, ganz wichtig Leute, minus 1 bis plus 1. Oft macht man die Fehler, wenn man fragt, was für Werte kann der Sinus annehmen? Ja, von 0 bis 1. Stimmt nicht. Ganz wichtig. Von minus 1 bis plus 1 die Werte, die der Sinus annehmen kann. Beim Kosinus, wir sind hier bei plus 1, haben hier 0, minus 1, 0, plus 1. Also der Kosinus kann genauso wie der Sinus Werte von minus 1 bis plus 1 annehmen. Wichtig, auch hier wieder minus 1 bis plus 1, nicht von 0 bis 1 sagen. Der Tangens kann Werte annehmen von 0. Was habe ich hier gesagt? Hier sind wir plötzlich plus unendlich. Ganz, ganz große Werte plus unendlich. Hier sind wir, wenn wir einen Tick drüber sind, sind wir plötzlich bei minus unendlich. Hier wieder bei 0. Der Tangens kann also alle, alle Werte annehmen. Von minus unendlich bis plus unendlich. Der kennt keine Grenzen, minus 1, plus 1, sondern der kann jede beliebige Werte annehmen. So, und jetzt gucken wir uns noch mal ganz schnell die Vorzeichen an. Die interessieren uns natürlich auch noch. Wenn wir also unseren Sinus betrachten, der Sinus im ersten Quadranten positiv. Im zweiten Quadranten befindet er sich immer noch hier auf der positiven Seite. Hier wird er dann negativ. Minus 0, irgendwas. Und auch im vierten Quadranten der Sinus negativ. Nun betrachten wir den Cosinus. Dieser ist im ersten Quadranten hier in diese Richtung rüber. Also positiv Richtung plus 1. Ab dieser Stelle hier geht er in die negative Richtung. Er ist hier also negativ. Und hier negativ. Und ab dieser Stelle geht er wieder in die positive Richtung. Er ist in diesen Quadranten also auch wieder positiv. Der Tangens, unser wundervoller Extremfall. Wir haben ihn uns hier angeguckt. An dieser Stelle positiv, negativ, positiv, negativ. Der wechselt also jeden Quadranten sein Vorzeichen positiv, negativ, positiv, negativ. Das wären also so die Vorzeichen, die unsere Winkelfunktionen in den entsprechenden Quadranten haben. So, nun fragt ihr euch wahrscheinlich, naja, jetzt hat der Haio das ja alles so wunderschön erklärt. Wie kommt er jetzt bitte von diesem komischen Kreis hier, von seinem Sinus und Gegenkatheten und Ankatheten, zu so einem Sinus hier, wie er uns am Anfang gezeigt hat. Ja, natürlich gibt es auch dafür eine kleine GeoGebra-App. Und zwar sieht das Ganze jetzt so aus, dass wir hier unseren Einheitskreis haben und hier unseren Sinus. Und wenn wir nun diesen Winkel, den wir hier eingezeichnet haben, auf die Länge auftragen, also wir haben hier vorne 0 Grad, wir haben hier bei Pi halbe 90 Grad, wir haben hier 180 Grad. Und wenn wir jetzt diesen Winkel auftragen und bei jedem Winkel den Wert vom Sinus an einem kleinen Punkt machen, könnt ihr es ja mal probieren, also bei einem Winkel von 53 Grad zum Beispiel oder beim Winkel von 0 Grad, haben wir einen Sinus von 0, da fangen wir mal an, dann nehmen wir auf dem Wert aus 12 Grad, 20 Grad oder so, dann haben wir einen Sinus von 0,34. Wir tragen diese ganzen Werte hier auf, tragen auf, tragen auf, tragen auf, tragen auf, haben hier oben bei 90 Grad, wissen wir ja noch, den Sinus von 1, den tragen wir auf, dann wird der Sinus wieder kleiner, 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 geht ins Negative, haben hier minus 1 und haben hier bei 360 Grad dann wieder einen Winkel von 0. Und wenn wir das auf die Länge auftragen und nicht auf den Kreis, kriegen wir unsere wundervolle Sinuskurve, so wie wir sie auch schon so oft gesehen haben. Ja, ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen ein kleines Verständnis für Sinus, Cosinus, Tangens gekriegt, was man damit Cooles berechnen kann, was man da jetzt für Möglichkeiten hat, dank dieser Sinus- und Cosinus-Funktionen, das zeige ich euch in der nächsten Folge, und die war jetzt eh schon lang genug. Vielen Dank fürs Reinschauen, wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare rein, vergesst nicht zu abonnieren, Daumen nach oben und so weiter, es kommen jetzt ein paar sehr interessante Folgen, die euch hoffentlich im Alltag weiterhelfen. Bis bald, ciao!